Was geht's so, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Herz, Gold und Seelensilber hier bei Crushed Vodafix89. Ihr seht richtig, Leute. Wir sind in den... äh, in den... Ich bin in den Sprachraussetzer. Gleich zu Beginn des Parts. Wir sind nun in den Seeschirmeninseln und dreimal dürfte raten, wer hier vor uns steht. Es ist Arctos. Es war schon früher hier in den Seeschirmeninseln anzutreffen und jetzt ist es auch hier wieder mit am Start. Ich dachte zuerst, das würde in den Remakes zu Goldsilber und Kristall, Herz, Gold und Seelensilber bzw. generell in der zweiten Generation nicht mehr vorkommen. Aber da habe ich mich total getäuscht. Und nun wäre es Zeit, dass wir dagegen antreten werden. Ein weiterer Legikampf, also. Aber wo Zapdos und Lavados sind, das entstiert sich bisher noch aus meinen Kenntnissen. Und ich weiß nicht, ob ich es auch überhaupt in diesem Let's Play fangen möchte. Schauen wir mal. Reflektor, das, äh, erhöht die Verteidigung. Okay. Nicht so schlimm. Ich habe auch nur Spezialangriffe hauptsächlich. Nur Quapo hat physische Attacken zusätzlich noch drauf. Jetzt muss ich überlegen, was ich noch sagen wollte. Ja, eigentlich sind wir in den letzten Part gegen Pyro angetreten. Und ja, da wollten wir einfach nur die Seeschirmeninseln erkunden. Und dabei ist uns tatsächlich Arctus ins Auge gefallen. Ich hoffe, der Ladungsstoß überlebt ist. Das müsste doch. Es ist ein Legi und ja, meist immer bessere Stats als die... Ja, natürlich. Das habe ich doch gewusst. Als, äh, andere Pokémon. Fokusstoß wäre zwar auch nicht schlecht, ist aber gefährlich. Ich setze ihn mal wieder in Safe State. Das ist zwar lame, aber... Ich will nichts riskieren. Fokusstoß. Und los geht's. Schauen wir mal, wie viel Schaden das bringt. Ob es, äh, noch überleben kann. Tatsächlich. Aber ich glaube, es ist noch nicht genug geschwächt. Ich müsste noch eine Attacke einsetzen, die nicht so effektiv wirkt. Oh Gott. Ampharos ist tatsächlich eingefroren. Ähm, äh, ja. Ich glaube, Wassertacken sind dagegen nicht so effektiv, oder? War das so beeist? Nein, Moment, weil sonst wäre... Dann hätte auch Mammut-Hell keine Schwäche gegen... Also nur eine neutrale Schwäche gegen... Ah, dann wären auch Wassertacken neutral auf Mammut-Hell, wollte ich sagen. Tja, das ist schlecht. Boah, was sollte ich dagegen einsetzen? Gegen Arctos. Wenn, dann Pflanzenattacken. Aber ich weiß nicht, ob das dann zu viel wäre. Ich glaube schon, Reflektor wäre gut. Moment mal, Garados. Garados. Stärke, Surfer, Kaskade, Whirlpool. Whirlpool ist zu riskant, aber Kaskade könnte sich ausgehen. Ich probier's mal. Da könnte ich noch ein bisschen Schaden machen, damit ich das auch garantiert einfangen kann. So. Bedrohung bringt leider Gottes wenig. Gut, er setzt Agilität ein. Ich hoffe, er setzt jetzt keine Eistrahl-Attacke ein zum Surf der Garados. Ganz schnell das Zeitliche segnen. So, probieren wir mal... ...Kaskade. Obwohl, das ist auch normal effektiv. Alter, ich weiß nicht weiter. Und dann bringen nur Pflanzenattacken. Also, wenn, dann ist es nur nicht effektiv mit Pflanzenattacken oder mit... Oder weiß ich nichts, was noch gegen Eis für eine Schwäche... Also, was Eis für eine Nichtschwäche hat. Beziehungsweise, was gegen Eis nicht effektiv wäre... Puh, das ist ein bisschen dein Eis, glaube ich ja. ...einfach nur Eis. Aber ich hab da keine Eisattacken drauf. Na schön. Ähm. Ich probier's trotzdem. Kaskade, komm. Wird's wahrscheinlich das Arctus umbringen. Und ja. Ja. Leider Gottes. Dann zuse ich nochmal Fokusstoß ein. Oder halte ich jetzt vielleicht was anderes auch an einsetzen sollen. Und ich glaub, es ist grad ein Grafikglitch, weil... ...die Attacke wird nicht angezeigt, die Animation dazu. Und ja. Dann wissen wir alle, was das heißt. ...dass... ...äh... ...schön, wenn ein Grafikglitch stattfindet. Ich muss nochmal den Self-Saten erladen. Vielleicht geht's dann jetzt. Gut. Nein! Alter! Wieso hört das nicht auf, der Grafikglitch? Es bringt nichts. Ich kann... Dagegen kann ich nichts ausrichten. Ich muss es also leider dann... ...am Ende wieder... ...damit rechnen, dass ich dann mit einem Grafikglitch wieder zurückkomme. Also, dass dann wieder... ...dass dann wieder ein Grafikglitch stattfindet... ...dass dann wieder ein Grafikglitch stattfindet, wenn der Subatter-Kampf endet. Wie beschissen ist das denn? Ach, verdammt. Gardos kann auch nicht. Quapo. Nein. Oder? Was für einen Tacken hat es denn? Ne. Ne. Ne, 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 ne. Ich versuch's jetzt mal mit einem Finsterball. Ich hätte schon wieder Flottball einsetzen sollen. Ich bin immer so ein Dub. Es ist so typisch für mich. 24 Meisterbälle reichen die überhaupt aus? Ich glaube nicht. Der befreit sich eh wieder sofort. Das sieht so lame aus ohne die Animation. Aber es ist leider Gottes wieder ein Grafik-Bug, der dazwischen gekommen ist. Der kommt jedes Mal bei einem Seistate-Laden. Ich weiß auch nicht. Das ist bestimmt nur bei der... ...bestimmt eh nur bei Pokémon der Fall. Alter. Jetzt ist mal gut hier. Und lass dich mal einfangen, du Spast. Alter Schwede. Komm. Lass dich jetzt einkassieren, da. Und... Ja, Mann. Boah, nicht, dass es jetzt mich wieder so nervt wie... ...zuletzt noch Suikun. Dass es sich überhaupt nicht einfangen lassen möchte. Alter Schwede. Ein finster Ball müsste eigentlich, äh... ...wirklich in dunklen Höhen gut sein. Aber viermal hintereinander, befreit es sich sofort? Das ist doch eigentlich normal. Schwäche ich es nicht genug, oder was? Was braucht es denn noch, bitteschön? Weil selbst wenn die Pokémon nur ein Kp haben und vielleicht nur schlafen oder erfroren sind, dann... ...bringt es nichts beim First Try. Ja, fünfmal hintereinander, ist klar. Alter Schwede, das Vieh kann wieder nerven. Und ich hab nicht mehr so viele Finsterbälle. Wenn sich jetzt als jeden Finsterball sofort befreit, dann falle ich langsam vom Glauben ab. Das ist doch nicht möglich. Das ist nicht möglich. Komm. Jetzt aber bitte. Eins, zwei, drei. Komm, komm, komm. Yes! Ja! Na also, wir haben Arctos. Geil! Yes! Arctos, das Eis-Pokémon. Die grazieren und transparenten Flügel dieses legendären Vogel-Pokémon sollten aus Eis sein. Das ist ja wohl gleich wie Kloßbrühe. Es ist ja auch Arctos, der legendäre Eisvogel. Und ich sehe überhaupt nichts, verdammt. Und das lässt sich auch nicht mehr beheben. Das kann nicht wahr sein, ey. Wieso bei einem Safe-State-Laden? Wartet mal kurz. Ja, obwohl, wenn ich da jetzt ein Safe-State hätte, bringt das nichts. Ich muss das Spiel also wieder resetten. Ich weiß nicht, warum da der Grafik-Glitch plötzlich kommt, wenn ich das Spiel nur mal... Meine Fresse, ey. Wenn ich das Spiel nur normal starten möchte. So. Geht's jetzt vielleicht? Dankeschön. Ist ja echt blöd, wenn ich jetzt hier blind durchrasen müsste. Ha. Ampferos ist immer noch gefroren. Na gut. Jetzt müssen wir auf die andere Seite rauskommen. Oder... Ne. Wie wär's damit? Ich setze jetzt am besten gleich Fluchtseil ein. Und... Fliege dann mit meinem Pokémon mit Toggekiss nach Vuxania City. Und von dort aus gehen wir Richtung Norden weiter dann. Achso. Jetzt würde ich schon Fliegen einsetzen. Von dort aus verlassen wir die Stadt Richtung Norden. Und surfen dann die ganze Stelle... So wie es eigentlich, äh, schon... Ah, wie soll es sich schon... Ein... Fluchtseil, bitte. So. Ähm. Und, äh, geh in den eigentlichen Weg, den man gehen sollte. So wie es... Äh, so wie es in der ersten Generation Tradition war. Oder vorbestimmt war, besser gesagt. Was? Den hab ich noch nicht herausgefordert? Ach, Moment. Ich bin tatsächlich beim anderen Ausgang wieder gelandet. Lol. Hast du schon mal mit deinem Pokémon gez... Gezeltet? Achso, gezeltet. Ich dachte schon, der meinte gezettelt, was? Weil er hat da gesagt gezeltet. Auf einmal haben die weiterentwickelte Formen. Echt? Ich tu euer Ernst, ey. Aber das werden dann die letzten Trainer sein, die man noch bekämpfen kann. Ist du euer Ernst? Jetzt setzt der Schauflein, der spaßt. Dann komm ich mit Fokus durch, sobald es wieder rauskommt. Das werden dann die letzten Trainer sein, die letzten... ...normalen Trainer, die man noch bei euch schon kannte. Neeein. Nicht euer Ernst, ey. Ah, komm. Wehe, wenn du jetzt nicht wieder triffst. Weil das Vieh nervt, nur mit Schaufler unnötig. Komm. Also. Okay, also die letzten Trainer sind das jetzt, äh... ...die wir dann auf dieser Route bekämpfen, die letzten normalen Trainer auf dem Felder, bevor es dann... ...nur noch gegen den Arenaleiter und gegen seine Trainer anzutreten heißt. Und dann... ...sind wir eigentlich hier schon so gut wie fertig. Da brauchen wir nur noch ein paar Sachen erledigen, die wir nur mit Kaxa... ...du bist ja eine Naturgewalt. Wenn deine Decke vergisst, kuschel dich einfach neben deinem Pokémon. Das hätte ich verhaben. Und ich verkriege mich jetzt ins Menü, weil... ...dieser Grafik glitsches die Nerven langsam. So. Na denn. Fuxania City, wir kommen... ...wieder. Ui. Geht auch ganz schön ab, wieder mal. So. Äh, das Pokémon Center wäre ganz gut und... ...ist das wieder der Kamerakaoß? Das... ...ist das jetzt nicht... Ich wollte schon sagen, die beiden sehen... ...ziemlich gleich aus. Ich hatte zuerst das Gefühl, dass sie irgendwas... ...ähm... ...nun ja... ...üfff... ...dass sie irgendwas mit den aktuellen Ereignissen zu tun haben, aber... ...ne, dem war nicht so. Okay. Soweit wir da die Trainer besiegt haben, geht es dann zurück nach Vatania City. Okay. Dort... ...dä... ...dott können wir dann endlich auch gegen Gary, den Erinneralter, antreten. Alter! Langs ist mal gut hier. Ich bin... ...ich will kein Missing nur sein. Im Lauf der Zinnomensel wurde verletzt. Das ist echt großartig. Ja, das ist es allerdings. Früher waren hier auch Bauarbeiten angesagt, wenn man versucht hat, jetzt also schon jetzt... ...ääh... ...Fuchseine City zu verlassen. Man musste also noch andere Sachen vorher erledigen. Man konnte also noch nicht, ääh... ...hier... ...zu den... ...ääh... ...seeschaumenseln rüber. Aber jetzt geht es. Die Planearbeiten sind ja nicht fertig. Jetzt kann... ...der Argel gehen. Ich habe ja so viel geschwitzt, dass... ...ein paar Runden im Wasserhäuse sicher nicht verkehrt werden. Dann konstituiert den Schwimmerngesellen. Da kann man noch zur Trümmer einsetzen, aber das mache ich jetzt nicht, weil... ...ich möchte mich jetzt nicht von irgendwelchen unnötigen wilden Pokémon nerven lassen. So. Dann surfen wir wieder eine hübsche Runde und bashen unterwegs jede Menge Trainer. Ich hoffe, der Schutz reicht auch aus, den ich noch habe. Nur noch achtmal Superschutz. Wow. Es erwarten noch einen so einen Haufen Trainer, aber... ...wenn wir die erstmal alle haben, dann... ...ja... ...sind wir fertig. Fehlt nur noch der Arenaleiter. Und da bräuchten wir vielleicht noch ein paar Sachen... ...ja, ein paar Trainer wird es noch irgendwo geben, die wir... ...z.B. in der Dunkelhöhle, wo man... ...die man nur mit Kraxer erreichen kann. Larka? Äh... Larka, genau, das war diese eine Wasserattacke. War das physisch oder speziell? Ich glaube, eher speziell. Wenn ich sie mal finden könnte... Larka, da ist sie. Spezial. Mit... ...troffen mit doppelter Wucht, wenn der Gegner weniger als die Hälfte seiner KP hat, genau. Das war diese eine Attacke. Und die kann... War es noch nicht mal, Quappo? Du wirst mich wohl verarschen, ne? Okay. Dann eben nicht. Äh. Äh, sorry, kurze Störung, weil... Ich muss das Mikro irgendwie ein bisschen umstellen. So. Jetzt müsste es... Jetzt müssen wir meine Stimme komplett klar und deutlich hören. Ja. Es müsste jetzt gehen. Ich müsste wirklich ganz nahe zum Mikrofon kommen. Trotz Verstärker kann es sein, dass das Signal nicht so gut übertragen wird. Und da muss ich ja vor allem aufpassen, wenn ich jetzt mit Fraps aufzeichne, weil dann würde man mich, äh, wahrscheinlich nicht ganz so gut hören. Dann müsste ich den Ingame-Sound davor ein bisschen ziemlich niedrig stellen. Und dann, wenn ich das, äh, im Nachhinein noch verstärke, den Sound, dann müsste man meine Stimme immer über den Ingame-Sound hören. Es sollte meine Stimme immer höher... Es sollte meine Stimme immer höher gestellt sein als der Ingame-Sound. Ist auch klar. Man soll ja... Man soll ja... Dem LPR verstehen. Bei dem, was er sagt. Was verstehen können. Dem, was er sagt, mein Gott. Mein Satzbau ist auch nicht mehr so, wie er mal früher war. Bei Pokémon, komischerweise, immer... Oh, kacke. Schwimm ich, wenn er mir ist rabisch, weil ich planche lieber im seichten Wasser. Oh, ja. Ja, und trotzdem nennst du dich Schwimmer, was? Und siehst du auch nur so fit aus. Schwimmer Igor. Der Igor. Da gibt's ja auch so einen, der Igor heißt, aber... Was von irgendeiner TV-Serie. Keine Ahnung, welche noch mal. Das war so ein Assistent für einen verrückten Professor. Das war so eine Art. So. Okay. Seemon ist erstmals down. Und Ampharos darf hier richtig aufräumen und richtig EP kassieren. Tentacher. Das wird natürlich auch schnell weggeputzt. Weggebrutzelt. Geröst. Geröst. Geröst des Tentacher. Mh. Gebratenes Goldini. Ah. Gegrilltes Goldking. Mh. Äh. Nein, mir wird schlecht. Ernst, darfst du also Pokémon essen? Ich weiß nicht. Das wäre wirklich zu krank. Was für ein Pokémon war das? Tentoxa. Okay. Ich wollte schon zu Megani wechseln. Das wäre echt viel zu krass, wenn man jetzt auch nur aufs Hurtfass setzen würde. Barriere? What? Ach komm. Das ist vollkommen wurscht. Ich warte mich alle an den Ernst, als würde ich überhaupt auch die Attacke Durchbruch finden könnte, weil die wäre eher besser geeignet für Quapo als Überroller. Weil Überroller schadet mir auch nur selber. Aber bisher habe ich noch keinen... Bisher habe ich noch keine Spur von Durchbruch befunden. Wahrscheinlich bekommt man die Attacke auch nur bei der Kampfzone. Das weiß ich ja alles nicht auswendig, weil ich habe zwar die zweite Generation gerne gespielt, vor allem auch Pokémon Herz, Gold und Sehensilber, aber auswendig weiß ich nicht, wo was jetzt alles genau geht. Wo es alles jetzt geht. Wo sich was befindet. Oh mein Gott. Und ich dachte, ich könnte gewinnen. Da kann man sich irren. Du, der nicht schwimmen kann? Schwimmen mag nicht meine Stärke sein, aber ich liebe das Meer. Ja toll. Dann solltest du aber auch ein bisschen Schwimmen üben. Solltest du auch nochmal in Schwimmunterricht gehen, wenn du schon das Meer so liebst. Weil schwimmen sollte man schon ein bisschen können. Ist schon einmal nachts im Meer geschwommen? Nachts? Nee. Also ich selber natürlich nicht. Und ich sollte versuchen, langsamer zu reden, weil so passieren diese ganzen Sprachraussätze auch nicht. Und vorher überlegen, bevor ich was sage. Also. Selber nachts geschwommen bin ich eigentlich nicht. Aber am Abend war ich schon mal am Strand unterwegs in Italien. Da bin ich dann besonders immer bei so einer Art lokal unterwegs. Also bin ich immer bei einem... Ja. Wie nennt man das nochmal? Das ist so ein... Das war schon so eine Art lokal. Ich weiß nicht mehr. Jedenfalls konnten wir dort was zu trinken nehmen. Hatten Chips dabei. Und haben einfach aufs offene Meer hinaus gestartet. Das war... So eine Art Terrassa, sagt man. Oder zumindest hieß so, dass... Das Lokal, Terrassa der Mare. Oh Junge, Junge. Das ist wirklich ein schöner Moment am Abend. Am Tagsüber am Strand gehen. Sich sonnen, schwimmen gehen. Ein bisschen in den Spielsalon noch zusätzlich. Also die Spielhalle rein. Zocken. Und dann durch die Stadt schlendern. Einkaufsbummeln machen. Und am Abend auch noch ein bisschen durch die Stadt schlendern. Und dann am Strand da auch ein bisschen spazieren gehen. Und dann bei der Terrasse, also dem Lokal. Den Sonnenuntergang, beziehungsweise am Abend den schönen Nachthimmel betrachten. Und sich was Gutes, Kühles zu trinken gönnen. Und dabei das Rauschen des Meeres lauschen. Ach ja. Ein bisschen, ein paar Chips zum Knabbern. Bekommt man auch dazu. Oh, es ist so hemmlisch. Also, das ist wirklich... Das klingt vielleicht für euch auf den Erstblick langweilig. Also, vielleicht auf den... Das würde ich wahrscheinlich zuerst auch als langweilig empfinden. Aber ich nicht. Das ist sehr, sehr entspannt. Glaubt mir, Leute. Das solltet ihr mal ausprobieren. Und Clarence soll jetzt auf einen so nerven. Ah, Doppelkampf, glaube ich. Ja. Das wird ein Doppelkampf. Okay. Dann, äh... Na gut, ich lasse es so. Ich lasse es so. Okay. Noch ein kleines Stück. Best Luxor in der City. Oh je. Ach nein, das ist kein Doppelkampf. Ich dachte schon, das wäre ein Doppelkampf, weil... Denn... Ich bin ihm zwar näher gekommen, aber... Gegen ihn konnte ich nicht kämpfen. Also, ich bin zwar näher gekommen, aber... Unsere Blicke haben sich, äh... Praktisch nicht getroffen. So wie es eigentlich der Fall sein sollte. Nein, Fresse, ey. Ich muss aufpassen, was ich sage. Ich muss mich wirklich jetzt demnächst besser konzentrieren beim Kommentieren. Weil mein Satzbau, der ist wirklich... Größtenteils wirklich... Echt... Grottig und schlecht. Und das fällt ja auch auf. Wahrscheinlich werden deshalb meine Videos manchmal schlecht bewertet. Nur wegen meines schlechten Kommentarstils. Oder sind einfach nur wieder hobbellose Hater unterwegs. Ich sage es immer wieder gern. Bei Part 39, da... Findet man zuerst noch zwei Daumen nach oben. Und dann wieder zwei Daumen nach unten. Ist klar, beim Top 4 Kämpfen... War echt zu lang der Part, oder was auch immer. Es wäre schön, wenn ihr wenigstens konstruktive Kritik geben könntet. Aber das geben wir ja also manche nicht tief. Wir werden einfach ein Video als miesstig. Und mehr nicht. Lassen dabei den Let's Player dumm dastehen. Aber wenn das nur Hater sind... Irgendwelche Hobbylosen, dann ja... Ist mir wurscht, dann... Macht euch weiter, ist mir egal. Es kratzt mich nicht. Ihr macht euch selber nur unbelebt mit diesen Aktionen. Wisst ihr das? Ja, das macht ihr damit. Ich habe meine Freunde gesagt. Ich will bis auf und sagen, das sind wirklich großartige Ideen. Ich wende mich wieder an. Oje, ist das deine Freundin? Ich würde mir dann lieber eine andere suchen, wenn die so... Ja. Wie sagt man? So zickig ist, genau. Eine richtige... Ja. Mehr sage ich lieber nicht, sonst, wenn die weiblichen Zuschauer sich nur... Ah. Sich nur... Angewiedert fühlen oder abschrecken. Weil... Weibliche Zuschauer habe ich schon mal bei Pokémon X und Y zum Beispiel auch gehabt. Oder bei Pokémon Schwarz und Weiß 2 auch. Weil Schimm hat dich locker in die Tasche gesteckt. Ist mir klar. Von Foxanneer sieht ihr bis zum See schon in den Schimmstorinu. Jetzt stell dich mal nicht so an. Ah eh. Die nehmen den ganz schön hart ran. Armer Junge. Mein herzliches Beileid. Nachts ist das mehr per Schwarz. Ganz so, als würde ich es dich verschlingen. So, mit denen habe ich ja noch nachher noch gar nichts gesprochen. Okay. So. Ich meine, was jetzt die Events betrifft, muss ich auch noch gucken, wie ich das jetzt regeln kann. Weil während der Aufnahmesession werde ich dazwischen mal, ja, nach dem Kampf gegen den Arena-Leiter mal kurz unterbrechen müssen. Weil da muss ich zuerst mal Offscreen trainieren. Und dann werde ich wahrscheinlich die Events beginnen. Oder ich muss erst mal einen Weg finden, wie ich überhaupt die Events freischalten kann. Aber ich schwöre euch, wenn erst mal die Events kommen, dann werde ich natürlich sie alle versuchen zu zeigen vor dem Kampf gegen Trainer-Legende Roth. Könnt ihr euch darauf verlassen. Ja, was fühle ich mich so wunderbar leicht. Ich muss überhaupt schauen, was für Events es jetzt überhaupt gibt, die mir zur Verfügung stehen könnten. Das Salibi-Event auf jeden Fall ist geplant mit Giovanni. Weil gegen den werden wir auch noch antreten, ohne groß spoilern zu müssen. Weil hinter ihm steckt dann eine kleine Geschichte. Wir machen jetzt sozusagen eine Zeitreise. Und mehr sage ich jetzt nicht mehr, aufzuspoilern. Auf jeden Fall Salibi und Deoxys würde ich vielleicht auch mal versuchen. Das Mana-Fu-Event, ob es da eins gibt im Pokémon-Herzgrund, sind sie mir jetzt nicht bekannt. Aber ich denke, ich könnte es damit versuchen. Und Lavardos, was Lavardos und Zapdos betrifft, weil ich habe ja Arctus eben gefangen. Ich weiß nicht, wo sie sich aufhalten. Und ich glaube, ich möchte auch jetzt nicht extra nach ihnen suchen gehen. Das lasse ich erst mal so aus. Aber Entei und Raikou versuche ich noch zu fangen. Und dann könnten wir schon den Silberberg betreten. Beziehungsweise erstmals gegen Siegfried antreten. In einem Doppelkampf mit... Ja, ihr wisst schon. Und dann noch der Top-4-Rückkampf, bevor es dann zum Silberberg gegen Trainerlegende Rot heißt. Bevor wir dann gegen Rot antreten werden beim Silberberg. Oh, ich freue mich schon auf den epischen Endkampf gegen ihn. Ach, nö. Was hast du denn? Sim ist gesund. Es trainiert den gesamten Körper. Es ist wohl klar wie Kloßbrühe. Habe ich doch eben schon mal erwähnt. Das ist, dass Schwimmen auch ein entspanntes Fitness-Trainings-Programm sein kann. Und da sitzt ein Schwimmer ganz allein an der Ecke. Oh, wie gut, dass ich heute meine Sonntagsbadehose trage. Ähm, heute ist Samstag und nicht Sonntag, mein Freund. Simon. Sonntagsunterhose, alter Schwede. Na schön, Blöder-Tanz und dann war's das wirklich, mein Freund. Äh, ums. Gut, soviel mal dazu. Ja, ich werd dann schon noch schauen, wie ich das jetzt, äh, demnächst noch regeln werde mit den Events. Aber ich schwör euch, ich werd so viel nehmen, wie es nur geht. Ich werd natürlich nicht alles nehmen, aber das meiste, was mir möglich ist. Ich muss mich halt noch im Internet umgucken, was es für Events gibt. Ich muss auch schauen, wie ich die überhaupt da freischalten kann. Aber, wenn es erstmal möglich ist, dann werdet ihr das sehen in näherer Zukunft. Fürs Erste habt noch etwas Geduld, okay? Badau sind und her, manchmal hat man einfach keine Schritte. Hä? Das ist mir traurig meine Partybadehose, dann kannst du was erleben. Alter, Kleider machen nicht immer Leute. Beziehungsweise eigentlich gar nicht. Mit den Klamotten hat das nichts zu tun, ob du jetzt nun, äh, mutiger wirst oder energischer oder sonst, äh, irgendwelche Gefühle dabei ausgelöst werden. Das ist alles Humbug, Mann. Humbug. Das ist bloß ein Märchen. Lass euch auch nicht von den anderen solche Sachen erzählen, wie zum Beispiel, dass ihr, ja, durch, oh, dass ihr jetzt eine Glücksunterhose trägt, damit ihr mehr Glück habt. Das ist alles nur, äh, aber glaube. Mehr nicht. Du hast einen ganzen Sack voller Orden, gegen dich will ich kämpfen. Ja, stimmt ja. Jetzt haben wir schon 15 Orden. Das, äh, blödsinn, was sag ich denn? Ach doch, 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 15 Orden. Jetzt hätte ich mich zuerst, äh, habe ich zuerst den Denkfehler wieder gehabt. Also, ich sagte, 15 Orden haben wir schon. Das kann sich sehen lassen. Ein Orden noch und dann haben wir die vollen 16. Ich hoffe wirklich, dass bei der nächsten Pokémon-Generation wieder auf zwei, äh, Regionen gesetzt wird und auch mit doppelt so viel Orden. Das wäre so eh pisch, aber ich weiß nicht, ob Game Freak wirklich noch daran arbeiten möchte, weil seit diesem Spiel haben sie es ja wirklich komplett ausgelassen. Ich weiß nicht, warum. Hat es den Fans nicht gefallen? Ist es, ist irgendwas, äh, hat irgendwas nicht gestimmt? Das würde ich zu gerne mal erfahren, was da jetzt los ist, warum da jetzt auf einmal nicht mehr, ja. Äh, äh, eine Edition rauskommt oder eine Generation, wo man gleich zwei... Was zum Teufel? Bist denn du für ein blöder Lammel? Du setzt tatsächlich Donnerblitz gegen ein Elektro-Pokémon ein? Dumm. So nicht gleich Psychokinese, das wäre Step und normal effektiv. Dreckt man ein bisschen logischer. Keine Fresse. Manchmal sind die NPCs auch selber ziemlich dumm. So, Starmie... Der hat drei Starmies, lol. Jetzt bin ich bei irgendwas stehen, blieb immer, ich weiß nicht was. Alter, ich hab schon total vergessen, worüber ich jetzt gerade sprechen wollte. Ich hab die Events jetzt gerade durch. Und, äh, ja, ansonsten weiß ich nichts mehr. Verdammt! Alter! Jetzt fällt es mir gerade nicht mehr ein. Okay, vielleicht kommt mir das noch in den Sinn. Ähm. Ja, jetzt weiß ich es nicht mehr, leider. Dory! Und wo ist, äh, Nemo? Also, selber gibt es doch eine andere Farm, die man in Wasser einsetzt. So, haben wir... Haben wir alles schon durch? Nein. Früher war ich mal ein leidenschaftlicher Angler. Dann hat das Schwimmen es mir angetan, nun trage ich nur noch Badehosen. In der Öffentlichkeit würde ich aber nicht bloß in den Badehosen rumlaufen. Dann könnte man sonst noch was von dir denken. Beziehungsweise, im Winter sogar dürfte es ein bisschen zu kalt damit werden, mein Freund. Hm. Es sei denn, du bist ganz schön abgehärtet, aber... Puh. Ja. Irgendwas war ich durchstehen, das hat doch mit... Ja, das hatten wir schon. Das mit den Humbug, mit den, äh, Glückskleidern und was auch immer für den Kack, dass das alles Glück bringen soll und was... Und so weiter und so fort. Ihr wisst schon. Ne, worauf ich ja jetzt eigentlich hinaus möchte, da war jetzt doch was. Ach ja. Ich meine, was ich da auch, was mir da auch in letzter Zeit immer auffällt, was ich da auch öfters im Fernsehen oder so sehe, wie da, wie es da Typen schaffen, im Eiswasser zu schwimmen. Und das denen auch noch gefällt. Inmitten in einer schneebedeckten... Ja. In einer schneebedeckten Landschaft mit einem Minusgrad Wasser, in der Badehose in ein Minusgrad Wasser reinzuspringen. Oh, also entweder sind die extrem abgehärtet und finden das geil, was ich mir nicht vorstellen kann, oder... Das hat einen ganz anderen Grund, weil das ist... Das muss schon hardcore sein. Hm. Ich möchte niemals in Eiswasser schwimmen, das ist mir zum Glück noch nie passiert. Da sollte ich mich doch lieber dem Angeln widmen. Ich meine... Boah. Das wäre echt zu viel, wenn mir das auch mal passieren würde. Aber es war zum Glück nie so. So. Auf dem Weg nach Vertania City. Okay. Zurück nach Vertania City. Okay, liebe Leute. Es wird Zeit. Ich werde jetzt nochmal mein Team-Edom umdekorieren. Und dann? Jetzt, wo wir alle Trainer gebasht haben. Und Arctus auch noch einklassiert haben. Geht es ab dem nächsten Part weiter mit dem Arena-Leiter. Mit Gary. Ihr könnt euch schon mal drauf freuen. Bis dahin sage ich jetzt mal Daumen hoch, wenn es gefahren hat. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder beim nächsten Part dabei. Seid gespannt und schaut wieder an. Euer Crash Vodafone geht hinein. Bis zum nächsten Part von Let's Play. Pokémon, Herz, Gold und Sehnsäber. Also, auf Wiedersehen und Tschüss, Leute. Now you know we're made of. 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 Vielen Dank.